so ich würde jetzt einfach mal so spontan sagen dass wir uns erst mal kurz ich würde sagen wir bauen jetzt einfach mal ganz spontan erst mal einen Amboss wie war das ich glaube vier Eisenblöcke wieder so oder genau andersrum oder einfach nur so aha so Aua weil dann können wir zumindest dann können wir zumindest einmal unsere Rüstung operieren und einmal schlafen gehen am besten damit die ganzen Zombies draußen sterben so ich würde jetzt einfach mal sagen das war eine kleine Mining Session machen werden einmal unsere Mine etwas ausbauen so damit wir keine weiteren Gehirnschädigungen erleiden die wir schon bereits haben machen wir jetzt erstmal die ganzen Blöcke weg und jetzt hier weiter wenn ich das sehe kriege ich direkt Bock auf den Kohle Song den guten Kohle Song von Gronkh den guten Kohle Song von Gronkh noch mal ein bisschen lauter ihr So jetzt sind wir auf Höhe 24. Ich meine die optimale Höhe für Diamanten war zu meiner Zeit zumindest Y-Koordinate 10, also Höhe 10, deswegen möchte ich mich jetzt gerne erstmal auf Höhe 10 begeben. Auf jeden Fall sind die anscheinend Höhen in der Nähe, jetzt würde ich keine Monster hören. Und wo ist die Frage? Hm. Manche Wassertropfen. Naja, wollen wir weiter unsere Cobblestone bzw. Cleanstone-Blocke ab. Vielleicht sind wir hier auf der Höhe 10. Okay. Eine Höhle. Ähm. Ja. Gut. Ähm. Ich bin dann mal weg. Eine Tropfsteinhöhle. Okay. Ich bin noch einer von den alten Minecraft-Spielern. Das kenne ich halt überhaupt noch nicht. Ich habe es auf Bildern gesehen. Ähm. Aber selber habe ich noch keine Tropfsteinhöhle jetzt gesehen. Ich finde das jetzt gerade echt sehr faszinierend. Also. Es ist aber auch die Ärzte kurz ab und dann gucken wir uns das näher an. Fucken haben wir ja genug. Und zur Not. Naja ist ja mega geil. Wir können. Wir sind einfach unser ähm. Unser Minenabgang. Erstmal wird es dann gefunden. Naja unser Minenabgang einfach in der Tropfsteinhöhle. Wtf. Okay. Da geht's. Ach die. Das sieht riesig aus. Dann decken wir mal die Hülle würde ich sagen. Ich würde auch behaupten wir werden definitiv ähm. Mehr Fackeln brauchen. Wenn es sich jetzt wirklich dazu entpuppt. Dass es so eine riesige Höhle ist. Ich habe auch gesehen ähm. Das ist ähm. So eine Art. Ja. Ich weiß nicht wie man das nennen mag. Es gibt ja auch Kristalle äh. In Minecraft mittlerweile. Daraus kann man glaube ich auch irgendwelche. Blöcke. Oder ich weiß es noch nicht. Genau. Einfach. Irgendwas nice. Kannst du damit auf jeden Fall bauen. Und dann gibt es jetzt diese Untergrund. Moos Dinger. Und. Die Dinger sollen richtig. Richtig. Nice. Aussehen. Mal schon überlegen. Wenn ich sowas mal finden sollte. Ob ich denn da überhaupt rumrandaliere. Was war das denn für so? Was war das? Lol. Was ist das denn bitte? Oh shit. No no no. Slime? Was geht denn hier ab? Wo? Oh no. Verpissen dich. Oh nein. Wo ist das Slime? Lol. Minenschacht. Da muss ich aber erstmal. Ähm. Alles klar? Oh shit. Gar nicht gesehen. Einfach. Man kennt's. Einfach. die Demand übersehen. Oh warte. Da. Wo ist das Slime? Ah ne. Creeper. Aber wo ist das Slime? Alter. Was geht denn hier ab? Es ist ja riesig hier. Ich mag hier gar nicht so viel kaputt bauen. Und griefen. Wenn man's so nennen mag. Ist das ne. Wie ist das im. Ist hier. Warte mal. Ist hier einfach noch ne Schlucht? Lol. What the fuck. Alter. Was geht denn hier gerade ab? Das ist ja mal ein Megafund. Äh. Da bin ich gekommen. Okay. Aua. Äh. Äh. Ich bin grad etwas überfordert. Leute. Also. Ich hab sowas halt wirklich. Noch nie gesehen. Ist das denn jetzt immer so. Dass man sowas riesiges findet. Oder ist das jetzt. Ähm. Einfach nur extrem Glück. Und das dann auch unter mein. Gebäudekomplex. Aber wo ist denn der Slime? Du musst doch hier irgendwo sein. Na ja erstmal möchte ich gucken. Dass ich hier die. Hä? Okay. Okay. Da geht's raus anscheinend. Das möchte ich mir einmal kurz anschauen. Wo geht's denn hier raus? Oder. Okay. Krass. Mal gucken. Ich werde schon rausfinden. Wo es da lang geht. Aber erstmal möchte ich gucken. Dass ich vielleicht die Endermänner. Ähm. Rot kriege. hier. Da baue ich mir jetzt einmal hier kurz rein. Hallo. Dass ich die abschlachten kann. Zack. Und natürlich haben beide auch natürlich Enderperlen gedroppt. Das ist nice. Ich muss mich jetzt ja schon aufpassen hier nicht zu verlaufen. Naja dann fangen wir mal an. Hier war doch irgendwo. Irgendwie eben was? Hm. Äh. Wo war denn der Diamant? Hier war doch eben. Einen Diamant den ich gesehen habe. Den ich gespottet habe. Wo ist der denn hin? Ach da. Okay. Gut. Und einfach hier. Nice. Hier geht's denn noch. Aua. Noch weiter runter. Aber erstmal möchte ich. Oh. Ernsthaft. Ich möchte Diamanten haben. Den Diamant. Oder die Diamanten. Was geht denn hier bitte ab? Ist doch richtig nice. Na dann werde ich jetzt mal hoch gehen. Ähm. Und mir erstmal. Auf ganz entspannt. Auf ganz entspannt. Äh. Ne. Axt zu legen. Wenn ich wieder hoch finde. Ähm. Da lang. Glaub ich. Äh. Ja. Ja genau hier. On Amerikaner. Ähm. Untertitelung des ZDF, 2020